Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Herzlich willkommen bei Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Dendera Susanna Medici Aber diese Unsicherheit ist da, weil ihr weißt nicht, wie sollt ihr mit dem Verwandten umgehen und ihr wollt auch niemand verletzen. Und diese Unsicherheit oder sogar Angst sollen wir überwinden, dann kommt auch Heilung. Unsicherheit haben auch die Selbstständigen und stellen auch die Fragen, wie geht das jetzt weiter. Oder diejenigen, die diese Selbstständigkeit starten möchten, stellen auch die Fragen gerade, soll ich, soll ich nicht. In die Liebepartnerschaft ist ein Gespräch, ein Nachricht zum Erwarten und das bedeutet, dass wir Damen können damit rechnen, dass er spricht oder kommt ein Nachricht. Wir werden oder viele Menschen werden gerade einen wichtigen Vertrag unterschreiben und ihr sollt auch nicht zögern, sondern mutig zu sein, diesen Vertrag unterschreiben ohne Zweifel, ohne Angst. Im Sport kann gerade dazu führen, dass es Verletzungen gibt im Knochen- oder Gelenkenbereich. Und das war diese Botschaft aus der Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.